Kommt da vielleicht... Ja, jetzt kommt Finish-It, super, aber ich kann kein... Dings, ich kann kein... Finish damit, äh... Ne, ich kann, äh, ja, Tammy nicht dafür benutzen. Das heißt... So, sie kann aber natürlich ihm helfen, ne? Das hilft alles überhaupt mal gar nicht. Ich frag mich ja wirklich, ob der, äh, Finishing-Move auch anders aussieht, wenn... Alle sechs jetzt dabei sind. Bisher waren es ja immer nur Gaststars, die dann auch gar nicht dabei sein sollten, aber... Deshalb hat ja auch immer der Move ja auch schon bei fünf Leuten getriggert, aber... So, jetzt das... Ja, ja, und... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ich kann jetzt... ...bisschen Sie, die da schllte, sich im Video weiter nicht vor. Und das ist ja ebenso ist, haben wir... ... was, da ist ja nicht so... ... also... Und das ist ja auch immer Geschmack. ... was, da ist ja auch schon mal weiter... ... also wäre es nehm. Ach, und sie kommt jetzt gar nicht mit. 110 Prozent. Gut. Also die ersten zwei Treffer werden... sind jetzt wohl garantiert. Das war schlecht. Schon besser. Von mir fällt ein... Moment, ich muss mal grad was nachgucken. Okay, ich hatte bei OBS das Mikrofon noch aus. Hallo Person im Stream. Okay. Das war's für heute. Spezialattacke, sagst du? Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Naja, fast Komm, jetzt ziff nochmal Naja, fast Das ist doch schon mal gut. So einfach kann es gehen. Ähm, Mecca. Dann ist ja eigentlich jetzt noch alles geupgradet hier, ne? Marketing. Läuft das noch? Das läuft noch eine Folge lang. Ähm, Shop. Okay, mehr Damage. Okay, das ist nicht so wirklich wichtig, ne? Ja, den sollst du haben. Das haben wir hier. Ähm. Er braucht die. Ja, für ihn ist das ein direktes Upgrade. Das hier ist für den Scout. Ja, die haben wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde schon fast sagen, das hier. Ähm, mein ich das ja erstmal. Ja. 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 Okay, das wurde gerade so awkward. Da bahnt sich wohl was an, aber ich frag mich, was passieren würde, wenn unser Blauer Ranger weiblich wäre. Wenn das dann genauso passieren würde, dann wäre das schon irgendwie cool. Okay, so Assault, das ist ... ja, das ist ... Ich weiß nicht, ja, ich bin beziehungsweise das ist eine Frau. Ähm ... Wir machen was. Unser Assault und unser sechster Ranger können ja mal hier ... Ah, hat ihn sogar fast totgekriegt. Und du schnappst dir den. Ernsthaft? Was? Was? Ahem. Ja gut. Gut. So, pass auf, den Healer möchte ich gerne erledigen. Okay. 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 Wo ist die denn? Es gab doch so eine Fähigkeit, die alle Angriffe boostet. 300%. 300%. Pass auf, du kannst ja einfach den hier einfach mal nehmen. Brachenschwert. Brachenschwert. Wow. Das war sogar recht heftig. Ist das gewollt, dass dieses Ding einfach nur einziger Witz ist? Das ist nicht sogar meine letzte Form. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf, der blaue Ranger, ich meine doch, der blaue Ranger und der pinke Ranger, wenn das ZD, ja, genau aus 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 Das war's. Pass auf, du hältst dich mal ein bisschen im Hintergrund. Okay, und das beginnt schon auf Krampfen-Cooldown. Aber du bist ja auch so relativ stark. Oh, jetzt geht's los. Ja, wir sollen ihn auch mit einem Finishing-Move besiegen. Wenn wir mal wissen, wie viel Damage der macht. Okay, das kannst du jetzt nicht mehr. Ja.